Gerd-Joachim von Faloa ist noch in Berlin. Sie haben das ja auch eben mitverfolgt, die gemeinsame Pressekonferenz. Konnte man ein kleines bisschen bei Angela Merkel heraushören, dass sie sich für Armin Laschet auch begeistern kann? Immerhin hat sie ja gesagt, wer Nordrhein-Westfalen regiert, der hat ein gutes Rüstzeug für die Kanzlerschaft. Tja, ein toller Satz der Kanzlerin für Armin Laschet. Dieser Nachmittag ist gut für ihn gelaufen, denn bei allen schönen inszenierten Bildern, es kommt ja hinterher auf die Inhalte an und eine Aussage der Bundeskanzlerin, dass sie Herrn Laschet durchaus für fähig sieht, nicht nur Nordrhein-Westfalen zu regieren. Das ist natürlich für den Düsseldorfer Gold wert, das kann man nicht anders sagen. In der Tat war ja das Erscheinungsbild etwas nüchtern, was wir da im Hintergrund gesehen haben. Und natürlich ist Politik auch Inszenierung. Die schönen Bilder aus Nordrhein-Westfalen, die erwarten wir aber nachher, wenn die Bundeskanzlerin dann zur Zeche Zollverein kommen wird. Und das ist sozusagen der Eiffelturm des Ruhrgebietes, so nennt man ihn auch gerne. Und das Versailles von Bayern, nämlich Schloss Herren-Chiemsee, das hat sie ja auch besucht, das hat ihr auch gut gefallen, wie sie gesagt hat. Aber die Frage des Kollegen am Schluss, da muss die ein bisschen schmunzeln. Wer Angela Merkel lange kennt, weiß, also auf Kutschfahrten und Spiegelsäle legt sie nicht so einen großen Wert, sondern sie ist mehr inhaltlich orientiert. Sie ist quasi in ihrem Wesen durchaus eher ein nüchternerer Mensch. Und diese Antwort war auch sehr höflich, dann wieder Richtung Bayern, dass ihr das auch sehr gut gefallen hat. Aber hier eben die Arbeitsatmosphäre im Ständerhaus, was ja auch einen großen historischen Wert hat, eben als ehemaliges Parlament von Nordrhein-Westfalen. Das hat ihr auch gut gefallen. Also ein gelungener Auftritt der Bundeskanzlerin dort, aber vor allen Dingen ein gelungener Nachmittag für Armin Laschet. Sie hat ja nochmal die herausragende Bedeutung der Gesundheitsämter angesprochen und hat davor gewarnt, diese Gesundheitsämter dürften im Rahmen der Pandemie nicht überlastet sein, müssten die Meldeketten nachverfolgen können und so weiter. War das ein kleiner Seitenhieb Richtung Bayern, Richtung Söder, der ja mit argen Problemen bei der Auswertung der Corona-Tests und der Übermittlung der Daten zu kämpfen hat? Man könnte es so verstehen. In der Tat kennt es aber jeder aus seinem eigenen Umfeld. Es wird nun wirklich immer wieder gesagt, man soll Maske tragen, man soll sich an die Abstandsregel halten. Viele Menschen tun das einfach nicht. Und was ich dabei immer so frappant finde, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich so gefährlich ist, dass man Mitmenschen infiziert, die dann auch sterben können. Also es ist nicht irgendeine Grippe. Dann finde ich immer erstaunlich, das hat die Kanzlerin auch angesprochen, aber sie trägt auch mit die Verantwortung, erstaunlich, dass viel zu wenig passiert. Es wird zu wenig kontrolliert, es wird zu wenig durchgesetzt. Da diskutiert ja die Politik gerade. Und das ist auch der Grund, warum die Ministerpräsidenten in der kommenden Woche sich wieder hier in Berlin einfinden und eine Sitzung mit der Kanzlerin haben werden, um eben einheitliche Standards zu setzen, um aber auch schärfer zu kontrollieren. Denn das scheint dringend notwendig. Offensichtlich ist es ja so, dass die Zahlen stark wieder nach oben gehen. Und man will die Wirtschaft und andere Dinge nicht wieder komplett runterfahren, aber dann muss man eben anders reagieren. Sie haben eben das Stichwort genannt, die Wirtschaft. Bekämpfung der Pandemie auf der einen Seite ist ja wichtig, auf der anderen Seite, und das hat Armin Laschet nochmal betont, befindet sich ja die Wirtschaft, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, in einer massiven Krise. Tut Armin Laschet aus Ihrer Sicht da genug, oder ist das möglicherweise noch nicht ausreichend? Oder andersrum gefragt, wird es da auch noch Druck von Nordrhein-Westfalen auf den Bund geben, möglicherweise noch viel mehr Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft durchzusetzen? Also es wird nicht nur aus Nordrhein-Westfalen diesen Druck geben. Es wird von allen Ministerpräsidenten sicherlich hier im Kanzleramt gesagt werden, wir brauchen mehr Hilfe. Es sind unglaubliche Summen ja schon geflossen. Aber wenn eben Gastwirtschaften oder anderes wieder zumachen müssen, oder eben im Freizeitbereich viele Dinge noch gar nicht aufgemacht haben, dann ist irgendwann auch die Endlichkeit erreicht. Auch mit Geld zur Unterstützung wird es dann irgendwann nichts mehr werden. Ich habe neulich gelesen, ob das stimmt, konnte ich nicht verifizieren, dass 60 Prozent aller Gaststätten vor dem Aus stehen. Das wird eine kolossale Veränderung bringen. Und wer es immer noch nicht gemerkt hat, dieses Corona verändert unser Leben, verändert unser Leben untereinander, aber natürlich auch in der Wirtschaft. Und Armin Laschet wird sicherlich einer derjenigen sein, der sagen wird, wir müssen etwas tun. Interessant fand ich, wenn ich das noch anmerken darf, dass ja Angela Merkel nicht nur als Kanzlerin in Nordrhein-Westfalen war, sondern auch als EU-Ratspräsidentin. Und das war auch ganz spannend zu sehen, während er sich artig bei ihr quasi bedankt hat und auch noch einmal die Initiative mit Herrn Macron gelobt hat, hat sie ihn sozusagen erhoben von dem Stand des Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, nämlich als denjenigen, der als deutscher Repräsentant auch nach Griechenland gefahren ist, in das Aufranglager nach Lesbos. Sie hat ihn sozusagen auf eine Art Augenhöhe gehoben, nachdem sie vorher erzählt hatte, dass sie heute Morgen noch mit Herrn Putin telefoniert hat. Und auch das beweist wieder meine Kernthese. Diese beiden Politiker arbeiten schon lange vertrauensvoll zusammen. Armin Laschet hat sich immer vor die Kanzlerin gestellt und die Kanzlerin hat das heute durchaus zurückgezahlt. Ich kann mich an die Pressekonferenz mit Herrn Söder erinnern. Da war sie auch sehr freundlich gegenüber Markus Söder. Aber diese Verbundenheit, auch diese durchaus, dieses Erheben auch von Armin Laschet als internationaler Player, das war ganz bewusst gesetzt von der Kanzlerin. Und das sagt einiges aus. Verbundenheit unter Politikern, das ist doch ein gutes Stichwort. Armin Laschet hat nochmal sein Team betont und hat gesagt, Jens Spahn gehört mit dazu. Nun hatte man ja in den letzten Wochen und Monaten den Eindruck, dass Jens Spahn sich auch oft in Bayern aufgehalten hat und auch fast mit Markus Söder schon ein Team gebildet hat. Ist das so festgelegt oder kann sich da bis Dezember noch einiges tun? Also Jens Spahn hat sich entschieden. Viele meinen, es war falsch, dass er sich da vor den Karnen von Armin Laschet hat spannen lassen. Viele in der Bundestagsfraktion sind der Meinung, er hätte selber gute Chancen. Und dass er so oft in Bayern aufgetaucht ist, das lag nicht daran, sondern das liegt daran, dass er Bundesgesundheitsminister ist und alle Hände voll zu tun hat. Er hat ja auch an der einen oder anderen Stelle alles andere als glücklich agiert. Aber wer hat das schon in dieser Krise? Das muss man auch mal klar sagen von diesem Virus vom Beginn an. Wir wussten zu wenig. Wir wissen heute auch immer noch sehr wenig. Und insofern passieren Fehler, auch Jens Spahn völlig klar. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, ob Jens Spahn sich in den nächsten Wochen und Monaten noch erweichen lässt, dann selber seinen Hut in den Ring zu werfen. Ich weiß das nicht so genau. Es ist ja auch noch die Frage, ob überhaupt dieser Dezember-Parteitag in der Form zustande kommt. Also derjenige, der jetzt erst mal die Füße still hält, der tut gut daran, glaube ich. Gerd Joachim von Faloua in Berlin. Herzlichen Dank für Ihre Analyse. Herzlichen Dank für Ihre Analyse.